Ein Marsch auf der Rasierklinge und wir müssen vorsichtig sein und vorsichtig bleiben. Aber ich denke mir schon, dass es jetzt darum geht, Zuversicht zu geben und Öffnungsschritte zu wagen. Welche können Sie sich davor stellen? Bitte? Welche können Sie sich davor stellen? Das werden wir Ihnen dann bei der Presse können vorhin sagen, aber es wird sich schon etwas tun. Wir müssen die Menschen wieder gut mitnehmen und das geht, wenn alle mittun und sich auch die an die Regeln halten, die das bisher nicht gemacht haben. Sonst wird es bald wieder schwierig.